Einen Rundgang durch Selbstmanagement Rocks, durch die Mitgliederpartform, das erwartet dich in diesem Video und damit Hallo und herzlich Willkommen. Lass uns nun gemeinsam ein wenig ansehen, was dich in Selbstmanagement Rocks erwartet, was du da lernen kannst, wie du davon profitieren kannst, wie der Onboarding-Prozess aussieht und einiges mehr. Also springen wir gleich mal hinein in meinen Computer und sehen wir uns das alles am Bildschirm an. Was du hier siehst, ist die Kursübersicht von Selbstmanagement Rocks und du hast hier gleich einen Balken mit einem Schnelljump-Menü, könnte man sagen, wo du gleich zu den einzelnen Bereichen kommst. Wenn du also sagst, du willst direkt zum Bonus, dann flutscht du direkt hinunter und kommst zu den Quick Win Videos, das sind so kurze Videos, dauern so drei bis maximal zehn Minuten, wo es kurze Inputs gibt, aber natürlich auch Tooltipps und ähnliches. Da kann man mal reinschauen und kann sich dann alles ansehen. Also du siehst, zum Bereich Mentales und Mindset gibt es hier jede Menge Videos, wie du siehst, zu den Tooltipps gibt es hier jede Menge Videos und vieles, vieles mehr. Also du kannst dir hier einige spannende Sachen ansehen. Dann gibt es natürlich Vorlagen und Checklisten, die du von mir verwenden kannst. Es gibt Rabatte und Aktionen immer wieder von anderen Tools oder anderen Herstellern. Auch das gibt es natürlich. Ja, und springen wir hier wieder hinauf in die Übersicht. Und ganz oben hast du den News-Bereich. Da gibt es all das, was es Neues gibt auf der Plattform. Wenn irgendwas angekündigt wird oder Ähnliches, findest du das hier. Dann dein erster Besuch und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich für den Onboarding-Prozess. Erstens mal erzähle ich dir hier im Video natürlich einige spannende Dinge zur Plattform und zweitens kommst du hier zum Fragebogen. Und dieser Fragebogen ist ein ganz besonders wichtiger, denn den füllst du aus und dann bekommst du anhand deiner Antworten von mir die optimale Kursreihenfolge und die Kurse, die du tun musst. Denn wir scrollen hier mal nach unten. Hier sind 38 Kurse im Moment. Es werden ja regelmäßig immer wieder mehr. 38 Kurse mit circa 38 Stunden Videomaterial drin. Und jetzt brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du all diese 38 Kurse hier machen musst. Nein, du füllst einfach hier in diesem Bereich den Fragebogen aus, bekommst dann von mir erstens mal die Kurse, die du machen solltest, geliefert. Und in welcher Reihenfolge du sie abarbeiten solltest. Das ist genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Und genau das bekommst du hier natürlich auch mit auf den Weg. Sehen wir uns vielleicht noch einen Kurs an der Gewohnheiten Deep Dive, der läuft gerade. Also immer wenn wir so Live Sessions haben, dann ist das auch hier zu finden. Der Gewohnheiten Deep Dive, der läuft im Moment gerade. Und du findest hier in der Kursübersicht erstens mal kurz, worum geht's. Dann die Anzahl der Lektionen, wie lang die Videos dauern, die Laufzeit der Videos. Das können wir hier jetzt noch nicht sagen, weil das ein Live Event ist und wir gerade mittendrin sind. Dann hast du hier den Kursfortschritt. Da zeige ich dir gleich noch was dazu. Und dann kommst du hier zu den einzelnen Lektionen immer oder in der Regel mit Video und mit einem Ressourcenteil, wo es Links, Workbooks und ähnliches gibt. Das kann jetzt sein ein Video oder das kann sein wie hier in Lektion 1 mehrere Videos. Und du siehst auch hier kannst du immer wieder verschiedene Sachen dir ansehen und Arbeitsblätter dir herunterladen und ähnliches. Und du hast hier natürlich die Möglichkeit abzuhaken. Und wenn du das abhackst, dann steigt hier der Kursfortschritt. Das ist auf 27%. Wenn ich jetzt Lektion 4 abhake, dann ist es auf 33%. Und wenn du das alles bis zur letzten Lektion machst, die erscheint jetzt erst, aber dann hast du 100% erledigt. Soviel also zur Kursübersicht und zu den einzelnen Modulen. Und gehen wir ganz noch kurz was erwartet dich. Es erwarten dich Webinare natürlich auch. Live Webinare von mir. Live Webinare von Gastlektoren. Und wenn du sagst, naja, ich habe aber keine Zeit beim Live Webinar teilzunehmen, ist das auch kein Problem. Denn alle Aufzeichnungen der Webinare findest du natürlich auch hier. Und dann findest du alle Kurse nach Themen auch sortiert. Die Evernote Kurse, die Mindset Kurse, wo einige schon mittlerweile drin sind. Und wie gesagt, der Kursbereich wächst auch immer wieder. In regelmäßigen Abständen kommen da neue Videos hinzu. Dann hast du hier die Produktivitätskurse. Wie kannst du dich und viele andere auch produktiver machen natürlich. Die Gewohnheitskurse, da sind wir gerade im Deep Dive drinnen. Und die Produktivitätsintimkurse, last but not least, dann auch noch der Bonusbereich. Ja, soweit ein kurzer Einblick in den Mitgliederbereich von Selbstmanagement. Du siehst, es gibt wahnsinnig vieles, ist auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Du musst nicht alles machen, um Gottes Willen, sondern wir gehen ganz pointierend vor. Wir wollen an deinen Herausforderungen arbeiten und genau das tun wir hier in der Membership. Und deswegen, ja, habe ich auch so viele glückliche Absolventen, weil das wirklich gut funktioniert und weil das ein seit Jahren eingeschliefenes System ist, das wirklich erfolgreich ist, vielfach erprobt ist. Und ja, die Anzahl der Absolventen, glaube ich, mittlerweile sind schon über 2.500, sagt, glaube ich, alles darüber aus. Ich würde mich freuen, wenn ich mit dir gemeinsam auf der Plattform auch an deinen Zeit- und Selbstmanagement-Herausforderungen arbeiten dürfte. Wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn du Mitglied wirst und dann sehen wir uns im Backend dieses Kurses oder dieses Mitgliederbereichs, besser gesagt, wieder. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut und genieße deinen Tag. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut.